NIE! 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 Wer seid ihr? Wir sind die Rütter, die immer sagen... NIE! Hätte ich euch doch nie gesehen! Ihr seht uns aber! Warum seid ihr so nimmer satt? Wir sind die Behüter der heiligen Worte! NIE PENG! Und NIE WOMM! Und NIE DA! Ihnen diese Worte hören, leben nie sehr lange! Die Ritter, die nie sagen, fordern von euch ein Opfer! Ritter vom Knie, wir sind ganz simpler Reisende! Wir suchen nach dem Zauberer, der hinter diesen Wäldern haust! NIE! 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 Bitte euch hört das denn nie auf? Ein richtiger Nierist! Wir werden nie aufhören, nie zu euch zu sagen, wenn ihr uns nicht beschwichtigt! Was ist euer Begehr? Wir wollen... ein schönes Gebüsch! Ein was? NIE! 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 NIE-NIE! NIE! NIE! NIE!τανách genug und wir finden schon ein Gebüsch für euch! Entweder bekomme ich von euch ein schönes Gebüsch, oder ihr werdet nie lebendigen Fußes nach diesen Wald kommen! Ihr könnt's euch aussuchen. Ritter vom nassen Knie, Entschuldigung, Ritter vom Nied. Wir werden euch ein Gebüsch bringen. Aber mit einem sehr hübschen Gäß? Ja, mit Glockenspiel. Nur nicht zu kostspielig. Ist klar. Dann haut ab, verfeift euch.